So, da sind wir wieder. Im August gibt es bei der Deutschen Jagdzeitung das Titelthema Nachsuche. Wer die Riemenarbeit mit dem eigenen Hund einmal erlebt hat, den lässt es nicht mehr los. Bei der JZTV gibt es den McNab. Eigentlich ist das ja der Versuch, Hirsch, Graus und Lachs an einem Tag zu jagen beziehungsweise zu fangen. Wir haben sowas ähnliches auf der schönen Insel Rügen versucht. Auf jeden Fall sehenswert. Dann habe ich mich immer gefragt, wie kann ein Präparator so schnell so viele Böcke abkochen? Mein Freund und Präparator Schiwi hat mir seine Arbeitsweise verraten. Na, das hätte er ruhig früher machen können. Mit ein paar simplen Tricks geht es nämlich deutlich leichter. Die erfolgreichen Baujäger Klaus und Malte reparieren im Sommer ihre Kunstbaue. Von ihnen erfahren wir, woran es liegen kann, dass der eine angenommen und der andere gemieden wird. Also freuen Sie sich auf Ihre DRZ ab dem 27. Juli am Kiosk. Die DVD gibt es aber nur für Abonnenten.